Herzlich willkommen, ich bin Denise Antoinette Zondrecker und heute steht Chiron im Mittelpunkt. Und ich bin der Meinung, das musst du dir unbedingt anschauen, weil Chiron in der Rückläufigkeit deinen Business-Erfolg beeinflusst. Was ist Chiron? Chiron ist ein Planetoid. Er wurde erst 1977 entdeckt, steckt zwischen Uranus und Saturn. Und Chiron ist unser Heiler. Und wenn du jetzt sagst, was hat das mit meinem Business zu tun? Er ist jetzt seit dem 23. Juli rückläufig, bleibt es bis zum 27. Dezember. Das ist eine relativ längere Zeitperiode und die können wir nutzen. Chiron ist nämlich jetzt in den Wider eingewandert und Wider bedeutet Identität, Selbstbild, Selbstbewusstsein. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du irgendwann in deinem Leben, das kann auch in deiner Kindheit gewesen sein oder vielleicht sogar in einem anderen Leben, Verwundungen bekommen hast, die eben beeinflussen, dass du nicht mit einem natürlichen Selbstvertrauen, einem gesunden Selbstvertrauen, mit einem gesunden Selbstwert daraus gehen kannst, hast du ein Problem mit deinem Business. Punkt. Darum ist es wichtig, dass wir diesen Chiron jetzt nutzen und diese Chance nutzen, um das aufzuarbeiten, was da verletzt ist, an Selbstwert, was auch immer, um eben dann so schnell wie möglich dann uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Ich habe mein Team aus der geistigen Welt gefragt, was denn jetzt wichtig ist an Chiron und da haben sie mir gesagt, ich soll Folgendes weitergeben und das mache ich von Herzen gerne. Wir sind geprägt gerade im Online-Business drin von schneller weiter höher und wir hatten in den letzten Jahren viele, viele Angebote von, ich zeige dir, wie du in kurz Nullkommanichts auf ein sieben-, achtstelliges Business gehst. Und wenn du da in dieser Strömung mitgeschwommen bist, hast du vielleicht gemerkt, dass es für dich nicht funktioniert und es ist ein Knick in deinem Selbstwert entstanden. Zum Beispiel. Jetzt hat das diese große Trend schneller weiter höher relativ wenig mit dir zu tun, sondern es war einfach das falsche Business-Konzept. Das heißt, du brauchst ein Business-Konzept, das zu dir, zu deinen Energien passt. Jetzt trotzdem bleibt natürlich die Wunde bestehen und es drückt auf deinen Selbstwert bewusst oder unbewusst und das täglich. Und wenn du jetzt rausgehst und da, ich sage jetzt mal, eine Rolle spielst, weil dir das irgendein Guru so empfohlen hat, wirst du eben nicht das ausstrahlen, was dir entspricht. Und du wirst nur dann die Kunden anziehen, die zu dir passen, wenn du genauso bist, wie es dir entspricht. Und es bringt nichts, wenn du täglich siebenmal auf Social Media postest, wenn du einfach nicht der Typ dazu bist. Punkt. So. Und jetzt kommt dann die nächste Verwundung, nämlich du gehst raus, verausgabst dich, hast ganz viel getan und der Erfolg verschwindet klein. Dann ist da auch so eine Narbe entstanden. Also du kannst diesen Chiron jetzt in dieser Rückläufigkeit anschauen. Sei ehrlich zu dir, vielleicht tut es dir manchmal weh. Sei trotzdem ehrlich, es ist so, wenn da eine Wunde besteht, dann schmerzt sie noch und sie kann dann heilen, wenn wir als ersten Schritt sagen, oh, da ist eine Wunde. Nutz diese Möglichkeit, mach diese Hausaufgaben. Es wird dir helfen, mit mehr Kraft, mit mehr Überzeugung, mit mehr Anziehungskraft eben nach draußen zu gehen und zu wirken. Ich werde noch einige Shorts mit Tipps machen, die du dann umsetzen kannst, um eben diese Wunden schneller zu bereinigen. Wobei es geht nicht schneller weiter höher, sondern es geht mehr darum, dass du dann eben in deine Kraft kommst und das in dein Business umsetzen kannst. Und ich habe schon bei der rückläufigen Venus gesagt, ich weiß, dass es ganz viele hat, die ein bisschen hadern mit dem Businessverlauf dieses Jahr. Und für die ist diese Möglichkeit, jetzt zu boostern, exzellent. Und wenn ich schon dran bin, mache ich noch schnell Werbung für eine Challenge, die ich mache vom 4. September weg, fünf Tage, dann Rock Your Business. Das geht auch ums Boostern. Da werden wir so eine Kombination machen aus Marketing, mystisches Marketing, Business, Astrologie, Medialität. Ich sage es mal so, du kannst dich gerne dafür anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn du Fragen hast, bitte kommentiere. Ich freue mich immer, wenn ich Antworten geben kann. Ich schicke dir, wie immer, ein von Herzen kommendes Juhu. Tschüss, mach's gut.